Nami, was geht? Nami! Nicht das! Nicht, Nami! Nicht das! Damit die Kinder ein bisschen mehr Routine reinbekommen, wird bei uns jetzt Frühjahr gegessen. Das schmeckt lecker! Nicht am Erntel abputzen! Hier! Du musst das mischen mit den Nudeln. Achilia, komm bitte! Super! Itzi hat sich gerade angezogen. Und Gianni, ähm... Ich hab eben gerade meine Haare gekannt. Super! So, setzt euch bitte hin, bevor das Essen kalt wird! Ich war aufs Klo! Ich will hier sitzen! Na, Atheas, du wartest, dass das hier Platz ist. Setz dich da hin! Wieso darf ich nie nehmen? Sie haben diese... Lass mich bitte essen! Ich hab nichts gegessen heute! Und ich auch nicht! Doch! Ich hab's noch! Ich hab's noch heute morgen gegessen! Hä? Ziemie Minis! Oh! Und ich auch nicht, oder? Aber Ziemie Minis! Nichts Richtiges! Aber jetzt ist was zum Essen! Guten Appetit! Guten Appetit, Kinder! Piep, piep, piep! Ja! Also, Oma! Hey! Komm, piep, piep! Ich zieh die Gabel weg und dann... Piep, 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 piep! Wir haben's alle lieb! Guten Appetit! Hallo! So, ich war elf hier, dann war ich mal da. Und, ähm, ja. Ich bin soweit fertig. Ich hab's noch ausgedrückt, ich hab gestern vergessen. Eine Sache so von mir. Ich hab doch gesagt, es wird nicht mehr so viel genascht. Gesichter waschen, ihr seid immer noch voller Tomatensauce. Bitte die Gesichter waschen und Haare kämmen. Und dann könnt ihr noch eins. So, meine Lieben. Ich bin so bisschen durch den Wind, weil ich festgestellt habe, dass, ähm, die Tickets für die E-Marts ausverkauft sind. Geil, ne? Ich fliege extra sozusagen für die E-Marts hin. Und die Tickets sind ausverkauft. Ähm, wir haben nämlich mit Claudia gesprochen. Und ich glaube, irgendwie hab ich auch nicht durchgelesen. Es gab Tickets für Pro-Card. Und das größte Problem war, dass ich halt nicht wusste, wie das mit dem Can ist, weil der darf nicht rein. Sonst hätte ich schon längst gebucht, aber Can darf nicht rein. Somit hab ich erst gewartet, zu welchen Tag wir dann nehmen. Und da stand, bis zum 14. kann man da auch alles bestellen. Aber die Tickets sind ausverkauft. Es gibt nur welche mit Pro-Card. Und die Pro-Card, ähm, kann man nicht einfach so bekommen, was wir nämlich ursprünglich gedacht haben. Sondern, das bekommt man nur, wenn man an eine Make-up-Schule angemeldet ist. Und das dauert auch sechs Wochen. Das heißt, nur die Leute, die sowieso schon diese Pro-Card haben, können sie Tickets jetzt bestellen. Super. Ja. Und, äh, aber nur eins. Und ich halte das mit den Kindern und dem Essen jetzt wirklich total streng ein. Die mussten heute das Essen aufessen. Normalerweise sage ich das nie. Aber, da sie direkt auch irgendwelche Süßigkeiten haben wollten, mussten die erst mal das, was auf dem Teller war, aufessen. Mama, warum rein? Weil das zu viel Zucker ist. Und wir wollen auch noch gleich Kuchen backen. Und ich mache hier nur jetzt schnell sauber. Aber das Kuchen vom Oma schmeckt mir nicht. Nicht vom Oma, vom Oma. Wie? Das letzte, was ich gemacht habe, als Tjana da war? Nein, ich dachte vom Oma. Itzi, warte doch mal, ich frage sie. Isel, meinst du das, was ich letztes Mal gemacht habe? Als ersten da war. Isel, ich rede mit dir. Das ist ein Zischen dabei. Ja, das schmeckt mir nicht. Der war so lecker. Der war echt lecker. Ich habe von mir so einen genommen. Dann nehmen sie sie. Okay, jeder darf zwei Stück und dann Wasser. Und dann ein bisschen zurück. Warte mal. Ich hole eine Zehle. Nein! Zähle! Was soll das denn? Ja, das war das einzige Blatt, das wir haben. Ähm, können wir nicht welche da raus? Jan! What do you do? Die sind kaputt? Nein, nein, nein. Okay. Nein, Jan. Bäh! Kinder, schriften weg. Guck mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Auch mein Stift im Mund genommen. Ich? Ich bin ehrlich. Wir machen jetzt einen Sonntagskuchen. Zenja ist mehr Rituale. In der Familie eingeführt. Gell, Selin? Ja. Wo haben wir Puderzucker? Wo? Zucker? Ja. Zucker? Puderzucker, ja. Hier ist Zucker. Hier. Kinder! Achja, du kannst ja mittlerweile lesen. Kannst du mal bitte unter die Mikrowelle gucken, wo Puderzucker ist? Puderzucker? Ja. Guck mal. Ich nicht. Ja. Das ist noch nicht eingeschlossen. Nein, nein, nein. Wenn es kaputt geht, dann fängt wie das Eiweiß nicht mehr gestalten. Ja. Donnie, super! Super! Aufmachen? Ja, kann ich schon aufmachen. Ja, kann ich schon aufmachen. Nicht reinmachen, ja? Ja. Ja. Nur auf. Ja. Nicht essen. Ja. Mach den Müll einmal. Was ist denn? Ja. Sag mal. Ja. 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 nicht mehr rein, weil ich brauche die. Wo muss jetzt das hier rein? Ja, ich mir auch. Langsam, langsam. Selin, 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 langsam. Genau. Guck mal, was du gemacht hast. Ich schulde dich. Guck mal, wie das jetzt da aussieht. Selin, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich trage auch deine Liebe. Deine Käse. Das ist Käse? Ja. Das ist dein Käse, meinst du. Und noch geht, meinst du. Ja, aber langsam, guck mal. So, nein, einfach so. Einfach so. Selin, was du hast bitte auch noch in den gelben Watt? So. Auf die Wände. Das war nicht der gelbe Sack. Ein, zwei, drei, drei. Du kannst mit dem noch wieder reinmachen. Ja. Du kannst mit dem noch wieder reinmachen. So, Edi, guten Appetit. Eieieiei, Gianni, du siehst aus. Selin, gleich ist der Kuchen fertig. Noch fünf Minuten oder sowas. Okay. Hunger, wir haben eben gegessen. Mama hat gesagt, keine Milchschnitte. Also diskutieren wir. Gleich gibt es Kuchen und Hasenbubs. Kuchen schmeckt mir nicht. Milchschaum gibt es noch dazu. Jetzt was. Janine, mal. Papa, das ist so viel. Sie würde das schon übernehmen. Alles, was wir brauchen, ist dieser Mixer. Das ist so, was wir brauchen, ist dieser Mixer. Nein, das ist so voll. Nein! 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 Du bist so. Du bist so. wrapper. Das ist so, drei. Wir haben den Duesniss. Nichts? Ja, Papa. Lecker Kuchen fertig, Leckerfamilie da und hier ein bisschen was zum Trinken. Na gut. Wir haben aber diese Gläser nicht mehr. Ich glaube die Kinder haben sie alle gepackt. Ich mache hier noch so einen Sabak-Sirup rein. Johnny reicht. Johnny reicht jetzt. Johnny? Nein, reicht. Erföl, ja gleich. Du siehst uns doch jeden Tag. Eddy, welche Videos guckt er sich gerade an? Amerika Highlights. Das ist auch seine. Schau mal, guck mal. Der hat sich auch total gerne das 500. Video angeschaut. Voll, voll lange. Hallo mein Lieben. Ich frage mich, warum Mama nie was ist. Jeden Video? Achso. Ja, sie hat gesagt, ich habe heute nichts gegessen. Das andere Mal hat sie nichts gegessen. Oh Gott, da ist das selbe Kuchen. Hast du schon online gestellt? Nein. Guck mal. Guck mal bitte. Schnell, 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 schnell. Sieht genau. Du bist doch schon süß genug, Kellin. 4 Euro, Lady. Möchtest du mir doch einen Kaffee, Schatz? Ja. Ist da Kaffee drin? Nein. Can. Was? 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 Möchtest du hier? Ja. Ja. Schal. Wo ist Cendere? Hier ist Cendere. Hier ist Cendere. Und du bist Cinderella. Cinderella, Bella, Elsa. Celine, komm, da gibt es noch einen Keks.